Hi Leute und willkommen zu einem kurzen Trailer-Info. Und zwar hat eben gerade Wildcard Studio, oder Studio Wildcard heißen sie ja, mit Snell Games zusammen, dieses ist ja eine Firma, und haben eben gerade den neuen Trailer rausgegeben für ihren neuen Expansions-Pack-Aberation. Ich bin da total gehypt drauf. Im Oktober kommt dieses Expansion raus, der sogenannte DLC. Das ist dieser versprochene DLC für den Herbst. Und ich habe mir jetzt die Videos schon mal angeschaut dazu, und ich habe mir die ganzen Bilder angeschaut auf Steam. Ja, das sieht ja auch mal richtig geil aus. Vor allen Dingen Dinos, die sich tarnen können, also die unsichtbar werden. Neue Bosse sind dabei, und neue Rüstungen habe ich gesehen. Eine neue Map ist da verfügbar, und ich bin da total gehypt. Also ich freue mich schon unwahrscheinlich darauf. Ich werde dann zu diesem Zeitpunkt auch einen neuen Community-Server anlegen. Wer mitspielen will, kann sich gerne bei mir melden. Ich weiß, bis Oktober haben wir jetzt noch einen Monat hin. Aber wie gesagt, wer da mitspielen will, kein Problem. Ich werde das per White-List machen, denn ich werde auf diesen Server auch, denke ich mal, streamen, let's playen, irgendwas. Ich weiß es noch nicht genau. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt auf den Server, gar kein Problem. Lasst mir einfach eure Steam-ID 64-Nummer zukommen, und ich trage euch dann mit auf den Server ein. Da kann ich auch ungefähr planen, wie viel Slots wir brauchen, wie viel nicht. Und ey, ich bin schon mega gehypt. Ich bin schon mega gehypt da drauf. Und jetzt lasse ich euch den Trailer angucken. Also, bis später. Tschüss. Ich bin schon mega gehypt. 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 Vielen Dank.